hallo und herzlich willkommen in einem neuen video vom zen garten paraguay heute gibt es natürlich wieder den bericht von der baustelle doch vorweg denkt dran wenn euch das video gefällt bitte einen daumen hoch und unter dem video könnt ihr auch den kanal abonnieren und am besten auch gleich die glocke aktivieren dann bekommt ihr immer eine benachrichtigung von youtube wenn wir etwas neues einstellen ich stehe hier auf der terrasse und es hat sich wie ihr sehen könnt einiges getan die terrasse ist fertig strukturiert und gestrichen worden das heißt somit sind die maler in und am haus fertig diese woche werden noch die fließen von der terrasse versiegelt werden die müssen mit zwei produkten behandelt werden dann sind die sauber und versiegelt die verlieren nämlich nach dem verlegen noch salz was in der keramik drin ist und wenn dieses salz draußen ist kann man sie versiegeln damit sie dann lange schön bleiben wir gehen ins haus und schauen was sich da getan hat und tada zum einbauen der küche sowohl diese wie auch im haus kolibri blenden wir euch jetzt das video dieser woche ein in den zwei tagen in denen hier die küche entstanden und fertig gemacht wurde so hier ist unsere granitlagerstätte der granit wird heute angeliefert da vorne auf dem lkw ist noch ein stück und dann glaube ich haben wir alles hier so da hinten wird jetzt die letzte granitplatte abgeladen granit ist ziemlich schwer genau wie marmor und man sieht wirklich dass die herren da wirklich ja sich abmühen müssen um das zu tragen und jetzt auch schauen dass sie möglichst schnell vorankommen damit sie das wieder abladen können so hier wird gerade die erste marmorplatte gelegt um zu schauen was angepasst werden muss wie es aussieht so da muss der herr jetzt nämlich abmessen werden wir da hinten diese ecksäule wo die wasserleitungen nach oben gehen und von oben wieder runter kommen und ja das muss natürlich ausgeschnitten werden der granit und somit muss jetzt hier genau gemessen werden wir lassen den herrn mal in hohe weiter arbeiten nachher gibt es ein update so weitere anpassungsarbeiten für waschbecken und kokfeld und hier seht ihr schon mal so ungefähr wie der frühstücksbereich und essensbereich sein wird schauen wir mal nachher rein wenn es fertig ist zwischenzeitlich gehen wir jetzt mal auf die andere seite hier könnt ihr sehen wie das gedacht ist hier mit der theke um dran zu essen beziehungsweise auch frühstücken zu können ihr seht ihr seht hier schon das gestellten und ja als nächstes kommen die granitbauern hier hin das heißt also hier kann man schön bequem in den küchenbereich rein hier fehlt noch ein kühlschrank den haben wir schon da aber noch nicht hingestellt und hier kommt dann eben marmor äh quatsch granit hier kommt dann eben der granit jetzt ist die küchenzeile im haus orchidee dran es wird alles angepasst die platten werden gerade geguckt wo noch was geschnitten werden muss aber ihr könnt euch schon mal vorstellen so wird es am ende aussehen hier schön zum hinsetzen hier vorne ist ein bereich bei dem man sich setzen kann ja hier sieht man wie kapitina unsere liebe tina das silikon anbringt damit es alles auch schön ja dicht ist sozusagen hier sind sie so weit dass sie jetzt wirklich ausschneiden es ist alles angepasst ja und nachher zeige ich es euch dann im fertigen zustand und die erste küche ist fertig und da ist das küchenaufbau team ich bin begeistert ja klar hier fehlt noch die armaturen aber das ist doch eine tolle küche der kühlschrank die kühl-gefrier-kombination werden wir hinten stellen wir werden dann auf die woche starten und werden hier vier stühle besorgen und jetzt mache ich es ganz neidisch wir werden samstag in einer woche hier ein super schweizer Käsefondue mit unserem Küchen-Team machen Raclette Raclette, alle wollen wir ein ein schweizer Käse Raclette nicht Fondue aber wie gesagt wir haben ja gerade Winter hier in Paraguay das heißt tagsüber Temperatur nur so um die 20-25 Grad und da kann man das abends dann schon mal machen wenn es eher so 15 Grad sind ich hoffe ich habe es jetzt nicht zu neidisch gemacht aber das soll eigentlich der Grund sein schon sind wir mal vorbei einfach im Urlaub eine Woche zwei Wochen buchen und das ganze hier genießen und dann eben auch hier wir werden ein paar Bilder noch veröffentlichen wenn wir hier am Raclette sitzen und ja wir freuen uns auf jeden Fall zwei Kameras aber es ist auch die zweite Küche und natürlich dann auch gleich zwei Leute vor der Kamera Hi, ich bin die Tina von der Capitinas und Sie und Ihr Partner der hinter der Kamera steht genau in den freien genau haben wir auf die zweite Küche super toll aufgebracht ich gehe mal hier zur Seite ich wollte eigentlich die Gefrier-Kühl-Kombination zeigen die haben wir ja nicht gesehen und ja hier sieht man schon wie es aussehen wird Gefrier-Kühl-Kombination ohne Tina da hinten haben wir ein sehr anderer Feld mit zwei Kochflächen Grund das Haus ist ja gedacht für zwei Personen maximal vier die zusätzlichen zwei Personen können dann am Wohnzimmer auf dem Schlafkopf schlafen das heißt das Haus ganz klar von der Idee zwei Personen können wir langfristig wohnen keine Frage aber wie gesagt ich sage jetzt noch mal so zwei bis vier Wochen geht es auch mit vier Personen mehr muss ich nicht sagen es kommen hier zwei Stunden feste d.h. kleines Fußstücksbuffet für zwei Personen kein Thema bei vier Personen auch hier hier noch ein Stuhl dazu der wird natürlich standardmäßig wenn ich bleibe nicht hier stehen dafür haben wir ja unsere kleinen ja Stellrauch hier unter der Treppe und was gibt es qualitativ noch nicht außer das ist das Schweizer Antwerp ein paar wir besuchen unser bestes klar wir sind aber immer noch ein paar dabei angewiesen nicht vergessen ne aber wir würden uns sehr freuen auch von Ihnen was zu hören eure Fragen sind wir jederzeit hier die Nummer findet ihr unter dem Video im Video wie die Nummer sein habe ich gerade gehört Facebook findet man uns man findet uns in Telegram wir sind auch immer immer wieder auf dem Markt in San Bernardino man findet uns schon und wie gesagt und in der Küche werden natürlich auch die Telegramen gebracht von euch wo die Webseite also Webseite oder Telefon irgendwas mit drauf kommt oder? Facebook-Seite Facebook-Seite ist es und Instagram also wenn jemand hier ist und die Küche jeden Tag während seinen Aufenthalt hier benutzen kann dann sieht er automatisch wo er sich hinwenden kann wenn sie so gut gefällt wie uns genau super vielen lieben Dank für den Einbau vielen Dank für euer Vertrauen hat uns sehr gefreut mit euch gemeinsam zu arbeiten erneut und Samstag in einer Woche schätzen wir mal ja genau bis dann Tschüss so wie ihr sehen könnt es war eine ganz schöne Arbeit Kapitina und ihr Partner Christian und der Granitmarmormensch haben hier richtig fleißig gearbeitet und das richtig richtig schön hinbekommen ansonsten auch hier der Raum ist völlig fertig gemalert und was man auch sehen kann gleich das Treppengeländer ist ebenfalls gestrichen und somit ist wirklich hier im Haus Rochidee und das gleiche natürlich auch im Haus Colibé der Maler bzw. das Malerteam komplett fertig schauen wir es uns doch gleich nebenan noch mal an hier im Haus Colibé der gleiche Fortschritt das Geländer ist gleich gestrichen könnt ihr hier sehen in Silberfarben die Maler sind auch hier komplett fertig und wie ihr vorhin in der Videoeinwendung sehen konntet die Küche ist ebenfalls fertig mit einer schönen Theke zum Essen da kommen natürlich noch Stühle dazu Waschbecken mit Warm- und Kaltwasser ist hier nicht selbstverständlich in Paraguay und einem Silberan-Kopffeld mit zwei Platten hier Schränke hier die Schränke hier die Schränke könnt ihr sehen schön mit einem Fach so wie wir es halt in Europa kennen machen wir hier noch mal auf die Schränke hier oder auch hier mit extra hier einem Gelenk dass man die Tür ganz aufmachen kann damit man eben auch hinten die Ecke nutzen kann die Ausschnitte für Strom und Wasser und so weiter sind einfach typisch gute europäische Qualität nicht einfach nur ausgerissen sondern wirklich ausgeschnitten habt ihr ja schon in einem anderen Video gesehen wo wir die Ausschnitte gezeigt haben also auch hier das Haus ist im Prinzip fertig zum Einrichten der Elektrik hat noch zwei, drei kleine Sachen die er fertig machen muss und dann war's das ja wir freuen uns jetzt schon dass wir Stück für Stück einrichten werden einige Möbel kommen noch ein paar Ecosachen und ja dann ist es relativ schnell einzugsbereit gehen wir mal schauen was ich draußen getan habe so auch hier hat sich einiges getan ihr seht die zwei Schutzmauern für die Kokoteros für die Palmen sind grün angestrichen worden die sind auch jetzt bis oben voll mit Erde wir haben die ja gemacht wer sich das Video angeschaut hat mit dem Bagger hat gesehen dass eigentlich bis da oben Erde war und wir haben ja nivelliert und somit waren die Wurzeln der Kokoteros nicht mehr wirklich fest in der Erde verankert aus dem Grund haben wir hier die zwei Schutzmauern gemacht haben alles mit Erde aufgefüllt damit die Kokoteros nicht stabil stehen so was auch noch nicht ganz fertig ist ist das Bemalen außen von dem Tiefbrunnen von der Tiefbrunnenschacht und wenn man jetzt hier zum Boden schaut seht ihr hier die Verbindung von unseren Wegen zum Parkplatz und der gesamte Parkplatz hat jetzt schon Estrich ein drittel des Parkplatzes ist mit den Natursteinen schon verlegt worden da gab es also diese Woche auch einen riesen Fortschritt und ja nächste Woche wird wieder ein ganz großer Teil davon fertig sein so viel dazu mit der Einblendung denke ich ist das Video trotzdem nicht ganz so lang geworden kommt nächste Woche wieder rein in unseren Kanal schaut vorbei wir wünschen euch eine super angenehme Woche ein schönes Wochenende bis bald in Zen Garden Paraguay Tschüss